damit herzlich willkommen zu game nummer eins zwischen mojai und fro wir haben bei mojai folgenden schrift aufstellung eine bungo eine ohio st martin moskwa mino haragumo doppel alvaro und eine ragnar auf der anderen seite bei fro haben wir eine kremlin eine lauria doppel moskwa eine minotaur napoli shima kaze daring und eine yy wirfen zu fro rüber schauen wie das positioning ist checken hier erstmal aus ob das eine radar yy ist nein das ist eine ganz smoke yy okay interessant wir haben in der mitte der ring okay die wird wahrscheinlich hier irgendwo versuchen zu spielen dann machen wir noch mal hier den support wir haben okay weil er mit seiner minotaur zusammenspielt und die wollen halt versuchen hier mit dpm noch was zu reißen aber fro spielt hier denke ich relativ aggressiv für das c caps wir haben vielleicht auch was die schieben hier jetzt wahrscheinlich dann auch die schiffe ein bisschen rein moskwa hier an die insel und die shima kaze und die moskwa und die und wird wahrscheinlich hier sich positionen lauria wird wahrscheinlich etwas breiter stehen schauen wir zum moja rüber da haben wir haragumo ragnar minotaur und ungo fiese kombo für jedwetige art von smoke train beziehungsweise auch allgemeinen smoke train du hast ragnar hast haragumo du hast minotaur hast relativ viel damage und kannst damit hart was punishen wir haben hier ein b cap was moja komplett ignoriert das heißt die der ring wird es for free bekommen fährt hier auch relativ aggressiv nach vorne also ich muss persönlich finde dass die insel wär mir ein bisschen zu aggressiv fürs cap ich hätte eher hier versucht ja wobei es ist wenn die moskwa jetzt zum beispiel hier steht ist es egal ob du hier oder hier stehst aber ihr seht ja schon du bist schon eigentlich knapp über der mittellinie drüber und man wenn hier wirklich irgendwas schwindeliges gespielt wird oder irgendwas komisches gespielt wird kann das wild werden auf der anderen seite haben wir hier die doppel alvaro die jetzt spottet sind von dem moskwa radar aber aktuell kann noch nicht wirklich jemand drauf schießen außer die schema die napoli und die lauria probierens kriegen aber ein bisschen damage rein aber den cap reset kriegen sie nicht das heißt die doppel alvaro's waren erst mal erfolgreich moskwa schiebt jetzt rein kriegt vielleicht auch noch ein bisschen damage drauf auf die alvaro's wie gesagt for free und da muss man mal schauen wie moja das spielt mit der saint martin mit der ohio sie werden mit sicherheit auf ihre moskwa ein bisschen aufpassen müssen da kommen jetzt auch noch mal shots auf die lauria die laura sollte ein bisschen aufpassen weil laura ist relativ weich das kann ein bisschen ziehen ja waren auch schon mal gute zehn aber sonst ist es noch relativ ausgeglichen kleinen cap vorteil für moja aber nicht wirklich viele punkte aber das gibt ja games wo gerade zehn punkte oder weniger den unterschied ausmachen moskwa wird jetzt ein bisschen gefarmt also ich warte eigentlich bis hier endlich mal der der clash beginnt hier wird gewartet genau richtig man versucht ja hier seinen smoke und seine minu gut zu kombinieren dass wenn der erste smoke kommt dass die minu sofort zugehen kann ist enorm wichtig hier finde ich ist auch noch der abstand etwas zu groß die haragumo wird ja aber auch speed rausnehmen gehe ich mal von aus dass die minu herankommt aber ich denke hier wird es gleich relativ interessant werden schon mal kurz noch mal rüber hier wird noch ein bisschen fahren und die moskwa hat schön eingedüdelt bekommen cross shots von der bungo wahrscheinlich jetzt mal gesagt bungo hat mal drüber geballert weil außer oder frontal von der ohio das könnte auch sein aber ich denke hier drüben wird es gleich mal spannend weil ihr seht schon moja fett hier relativ aggressiv und ja da wird sitzt ist jetzt die frage wer kriegt wer kriegt mehr raus aus der situation kreml und schiebt sich trüben übrigens rein ins cap also da wird es auch relativ heiß werden ich versuche mal ein bisschen beides so einzufangen damit wir sehen wenn irgendwas krasses passiert drüben kriegt die st martin ein rein und jetzt beginnt hier die party jetzt wird es richtig wild jetzt ist die frage wer kriegt aus der situation mehr raus die haragumo ist nosed in der damage kommt was wird gefokust zum einen die minu zum anderen die yy da hat man sich noch nicht so recht abgestimmt noch mal ein blick rüber drüben die lauria ist relativ low aber kommt guter damage auf beide seiten also da die ragnar ist mit drauf auf der yy ich denke da wird demnächst umgeswitcht auf die yy jetzt kommt der smoke sie haben sie rausgedrückt aus ihrem eigenen smoke wobei es nicht so schlimm ist weil der smoke liegt so gut dass die minu gecovert ist das radar von dem minu dauert fast eine minute deswegen das geht hier noch ein bisschen wir gehen dabei rüber und die lauria ist verdammt low die moskwa ist auch low die schieben hier massiv rein die alvaro ist auch low wir schauen hier die haru ist jetzt zu da werden aber noch blindshots kommen man hat auf jeden fall das a cap geholt in dem fall das hat sich schon mal gelohnt aber der trade war auf jeden fall besser für froh hier schauen auf die andere seite kriegen sie das cap sie kriegen das cap schieben ihre schiffe rein aber die moskwa noch mal einen und ich denke dass hier die lauria aber auch raus geht also hier wieder auch sehr aggressives play auf a und auf c von froh und von mojai also die schenken hier sich erst mal nichts aber die lauria kriegt noch mal ein heal jetzt ist die frage wie lange kann die lauria das noch stehen da kommt ein torp ja die kremlin steht jetzt als prellbock hier oder kommen shots von der bungo die sich jetzt auch ein bisschen rüber bewegt um damit zu supporten die moskwa muss hier ein bisschen aufpassen weil die bungo wird wahrscheinlich auch hier ein bisschen was machen ich könnte mir vorstellen dass die ragnar in die mitte schiebt vielleicht die bungo in die mitte rein um dann da noch mehr feuersupport zu geben aber aktuell hat froh nicht so wirklich die ziele die schimakase versucht jetzt hier ein bisschen spot aufzubauen weil man versucht die sein martin zu punishen das gelingt auch mit einer guten salbe von der kremlin also damage ist auf jeden fall da schauen wir wieder auf die andere seite smoke train ist rausgedrückt von von froh die sind sehr weit hinten aber die lauria wird mittelfristig nicht mehr so lange machen das ist immer das problem wenn so ein bb no sin drinsteht dann bist du halt ein easy farm und das weiß halt auch jeder und deswegen wird er auch dementsprechend gefokust und ich denke dass die ohio salve sein tut nein der steht das immer noch der lebt immer noch ja sie kriegen die torps waren gut aber jetzt tut die alvaro hier noch mal mit drauf schießen die kremlin hat eigentlich ein solides positioning hier so viele gegner hat die nicht die ohio aber das kann ich ganz gut denken ja aber die moskwa wie gesagt muss hier ein bisschen aufpassen die bungo lauert auch die m in der mitte die moskwa schiebt jetzt auch ein bisschen vor also ich würde auf jeden fall druck gemacht und wir sehen auch die lauria ist tatsächlich zu und kriegt ihren nächsten heal wahnsinn also dass die lauria immer noch steht ist echt ich sag mal ein wunder ich hätte gedacht dass die schon lange tot ist aber die schema drückt hier wirklich die gegner raus mit den torps und mit dem spotting es funktioniert ganz gut oh drüben ist der smoke train gecatcht von mojai ja der muss rausfahren das ist das problem sie haben den hp nachteil versuchen jetzt hier die mino tower zu killen die aber du musst halt auch mit mit den dds hier massiv aufpassen das ist halt sehr sehr knapp also ich würde sagen hier entscheidet gibt es eine kleine vorentscheidung wer hier den besseren damage rein kriegt holt sich hier die runde und aktuell sieht es für fro ganz gut aus wenn da kommt der nächste smoke und das problem ist jetzt wenn sie die mino nicht gekillt bekommen dann sieht es nicht so gut aus weil der smoke steht aber das radar ist noch drauf und jetzt ist der nix die haragumo und jetzt ist a komplett offen das heißt so kann sich voll und ganz auf das b und das c-cap hier konzentrieren und das weiß moja auch die müssen jetzt darauf antworten der ärgerlich ist halt dass sie die lauria nicht gekriegt haben die napoli versucht jetzt hier auch noch passiv passiv aktiv druck zu machen das gelingt auch ganz gut mit den secondaries relativ unangenehm ich glaube der ist ja auch zu weil er hinter der insel steht also es gelingt ihm ganz gut hier noch druck auf die moskwa zu zu geben aber die haragumo kann gar nichts mehr tun also hier das a cap gehört auf jeden fall fro mit sicherheit und es sieht gut aus für die jungs es sieht wirklich sehr gut aus man hat jetzt einen guten punkte lead man hat gleich ein trippel cap und da muss moja jetzt erstmal ein gutes position raushauen oder ein gutes counterplay um da froh wieder ein bisschen verlegenheit zu bringen der ring ist hier ein potenzieller kill die lauria war ein potenzieller kill moskwa ist auch gerade nicht mehr so und feier kreml hat sich übrigens reingeschoben cleverer move hier drückt das was sie reinfallen wollte um die der ring zu panischen ein bisschen raus man hat halt hier eine schöne radar positionen mit moskwa mit doppel moskwa jeweils mittig also da kann man gut was machen man wird hier moja gut weghalten können von den caps mit dem hp pool mit dem positioning mit dem radar was sie haben ja sie haben sehr viele schiffe relativ weit hinten an der äußeren linie sie haben sind halt sehr weit raus gekitet das ist so ein bisschen ihr problem jetzt die schieben hat sie halt auch massiv rausgedrückt und ja jetzt läuft ihnen zeit davon und ich denke in 18 sekunden wird nicht mehr großartig was passieren sie haben auch die haragumo gekriegt auf der flanke drüben und damit denke ich würde sich auch froh game nummer eins holen mit einem sehr aggressiven play auf c also sind da mal wirklich rein reingeschippert mit der kreml mit der moskwa haben parallel mit der schien mal druck gemacht und das hat dann auch ausgereicht um motor heraus zu drängen und natürlich der smoke train zwei gegen zwei dann auch gewonnen und das hat ihnen den sieg beschert herzlichen glückwunsch